Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist wieder der Rewano. Hallo. Ja, ich bin bereit zu zocken und bereit zu zocken und ja. Die letzten Matches waren ja so geil, dass ich jetzt endlich mal wieder Lust habe zu gewinnen. Ja, und hier seht ihr wieder den Gegner von Rewano, den seht ihr natürlich ein paar Sekunden erst bei Rewano und jetzt würde ich sagen, Rewano, ich nimmst mal den Sick Rider. Sick Rider? Ja, ich weiß schon, wenn. Der ist gut, der ist gar nicht mehr so schlecht. Ist auch ein großer. Ach ne, Quatsch, jetzt vertue ich mich grad. Der ist das, okay. Ne, ich hab mich grad vertan. An wen hab ich den grad gedacht. Irgendwie einen anderen. Okay, passt. Den hab ich. Und jetzt siehst du wieder den Gegner in 3, 2, 1 jetzt. Delo Brown. Okay. Nicht schlecht. Ich glaube, so vom körperlichen Verhältnis sind wir gleich ungefähr. Ne. Bisschen schwerer? Ja. Bisschen. Ah, Bisschen. Ich bin so ein mehr Techniker. Und ich bin schwärzer. Schwärzer. Du lagst nur ein bisschen länger in der Sonne. Ohne Sonnencreme. Ja, doch. Ist schon 10 Kilo mehr. Aber es reicht, um dich in die Ecke zu quetschen. Ha. Aua. Er haut mir wieder. Er haut mir. Ja. Immer schaffe ich das. Aber danach ist immer vorbei bei mir. Ah. Oh. Aber ist kein Problem. Ich bin wieder da. Und jetzt geht's weiter hier. Weißt du, dass du eigentlich immer wieder dieselbe Taste drückst? Du kannst auch andere Tasten drücken zu dem Buchmann. Ich hab' ne andere gedrückt. Was 3, 4 und 3. Ja, ich hab' ich da schon hingelegt. Soweit war ich das sonst auch noch nicht. Nein, ich mein' am Anfang bei den Du kannst drei Griffe zu wählen. Ja, ja, ich drücke immer nach oben und nach unten, aber 4 drücke ich halt immer dabei. Oh, Junge. Am Anfang, wo du die drei Tasten wählen kannst. So. Ja, ich stehe ja schon auf, Siste. Oder auch nicht. So. Und er kommt natürlich raus. Gibt's doch gar nicht hier. Was ist denn hier los? Zack Ryder Turn. Ja. Endlich mal so'n cooler Drehmove, den du auch immer gemacht hast mit dem einen. Weißt du noch? Den hab' ich schon so oft gemacht. Ich hab' keine Ahnung mit wem du machst. Ja, ich weiß noch nicht mehr, wie der hieß. Hab' ich schon verdrängt. Irgendeiner, der mit dem du mich gewonnen hast? Irgendjemand gegen den oder mit dem du mich besiegt hast, so besser? I don't know what I mean? Ja, super überlegt, aber super nicht ausgefühlt. Wow, aber der war auch nicht gerade so von schlechten Eltern. Mit einer Hand in meinem Hochheben und dann rum, 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 rum. hundern DT 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 hallo komm rein herzlich willkommen nee heute nicht das tut doch weh sowas haha du kannst mich nicht abbauen dann mach ich mal so nen Kickmove hier ach Mensch nöööö AAAAA da krieg nun wir die auch Fusschmerzen kriegen wenn so ein it-flap kick auf einen Fuss geht geil das war ja mal eine geile kombination aus verzweiflung angst und schrecken pft und jaa mit cover mit Cover im system one Wärs jetzt nicht raus gekommen Hätte ich mich gefreut gewittert ou Da-Gehlitz er schaffts natürlich wieder Hallo, mach mal einen Move hier. Ach, du kannst dich gar nicht wehren, sehe ich gerade. Ha, er macht einfach ein... Eine Droppe-Gicke machst du einfach. Und dann mach ich... Oh, meiner ist schon erschöpft. Du bist sogar noch in der blauen Leiste drin. Meiner ist schon total fertig mit der Welt. Ich hab die blauen Leiste. Der sieht schon gar nichts mehr. Meiner ist ermüdet. Und schlaff ist er. Ach, du Wichser. Nee, 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 nee. Na ja, komm jetzt, mach doch was. Mann, der... Hallo, packst du den mal? Der packt nicht, der will nicht. Meiner hat Feierabend. Der wird nicht mehr bezahlt für die Show. Ist so lange dabei. Der wollte gerade... Der wollte gerade keine Aktion machen, ey. Ist ja unglaublich. Kommst du rein, oder... Nö. Soll ich kurz ein Lagerfeuer machen? Nö, mach ein Lagerfeuer. Hm, okay. Ich streck dir den Arsch hin. Komm, komm. Guck mal, guck mal, guck mal, hinterl. Da steht sogar mein Name drauf. Komm rein jetzt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Er hat den Tisch in der Hand. Ja, das ist auch noch ein Tisch. Das ist ein klein geworden. Ey, der hebt den nicht auf. Wieso hebt den nicht auf? Guck mal, ich hab einen Bug. Der hebt den nicht auf. Ich geh nicht in den Ring, so lange du da rumstößt. Ich kann den nicht aufheben. Ich drück echt, ohne Witz. Der hebt den Stuhl nicht auf. Ich hab einen Bug. Leute, bei mir gehen die Tasten nicht mehr. Kann ich noch rennen? Ja. Warum hebt er den Scheiß nicht auf? Nee, der hebt nicht auf. Aber er kommt raus. Ja, it's over, sagt er. Okay, aber ich kann den Tisch, ich konnte den Stuhl nicht aufheben. Das war echt gerade ein bisschen komisch. Deiner hat auch komische Verklemmung. Gucken und zucken, oder wie war das, ne? Ja, sinnloses Mensch. Der kommt, der geht nicht rein. Das ist echt, es ist echt Wahnsinn hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir kriegen noch was raus hier aus dem Match. Er zappelt und packt mich einfach. Oh, da tut weh. Au. Au, au, au. Diese Schmerzen, ich spüre es förmlich. Oh, und auf den Tisch. Nie wieder werde ich nach Baumarkt einkaufen gehen. Warum nicht? Hm? Ja, ich darf natürlich nicht den Dings abnehmen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das sieht jetzt mal wieder mal so gar nicht gut aus für mich. Mhm. Oh, Gott sei Dank. Ob das jetzt gut war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber. Ja. Der Segweiter, bums, bums, bäm. Und jetzt. One. Two. Nein. Der kommt natürlich wieder raus. Fuß. Ah. Ah. Und er hebt ihn. Jawoll. Und er weicht aus. Macht nix. Nochmal. Jawoll, ja. Und meine Haut ins nix. Weil da ist es schön. Ja. Immer auf die Gosch. Und da geht er wieder weg. Und nochmal. Ja. Und da springt er. Scheiße. Das wollte ich nicht. Nein. Meine Seele. Meine Seele gehört dir. Oh, oh. Oh. Auf den schönen Stuhl. Oh, oh, oh. Ich sehe Ahne und ich sehe und ich Ahne Böses. Ich Ahne Böses, mein Freund. Nein. Ey. Komm. Er bleibt einfach stehen. Hm. Ich Ahne Böses. Ein Tisch, ein Stuhl in der Ringecke. Und, ja. Nichts wird raus. Und, und, und. Was macht er? Noch gar nichts. Ich dachte, der macht jetzt irgendwie den Hyperventilationsmove hier des Lebens. Aber nein. Oh, das sieht gut aus. Und yeah. Oh, oh. Oh, oh. Wer andert eine Grube gräbt, darf auch mal im Cover landen. Eins, zwei. Wer andert eine Grube gräbt, hat ein Grubengrab gräbt. Oh, oh. Ich bin aber als Zeitlupe rausgekommen. Was ist mit Grubel? Wer andert eine Grube gräbt, hat ein Grubengrab gräbt, Mann. Ja, stimmt. Absolut, ja. Jawoll. Das war mal gar nicht mal so verkehrt. Komm mal hoch mit dir. Oh, nein. Wieso denn? Oh, oh. Das sieht aus, als würde das durch den Tisch gehen. Nein, nein. Oh. Aber ist kein Problem. Ich komme nochmal zurück und mache einen Cover. Mann. Wäre geil, wenn du jetzt kaputt gewesen wärst. Oh, komm, beeil dich, bitte. Ey, komm, Schmerzen. Tu es, sei einmal ein Mann. Ja. Und das war daneben, das war doch klar. Und wieder auf den Tisch, oder? Da hat sich bewegt, der Tisch. Oh, scheiße. Oh, nein. Ja. 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 Du, 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 du. It's a beautiful day. Weiß nicht, was du da machst, aber es sieht gefährlich aus. Oh, 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 oh. Meiner muss auf jeden Fall übelst einstecken. Er hat schon einen roten Brustkorb. Ich glaube, bei mir ist alles rot. Mhm. Total rot. Wenn bei mir ist alles rot. Oh, scheiße. Ja, war nicht so besonders, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber du bist aus meinem Finisher raus. Das fand ich nicht so toll. Richtig. Na, komm jetzt. Mann, ey. Meiner zappelt da rum wie so ein Idiot, ey. Oh, ich habe dir auch Schmerzen zugefügt. Das finde ich jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht. Oh, du läufst aber auch schon verkrüppelt. Ach, komm, geh weg. Na, komm. Geh weg, Mann. Nö. Ich will dich ja reinholen. Ach, jetzt holt er mich rein. Hä, wieso habe ich denn jetzt kein Dings mehr? Ich hatte doch gerade aufgeladen Energie. Ich habe doch gar nicht geblockt deinen Move. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ist aber egal. Das war jetzt sehr merkwürdig. Ich habe ja nicht geblockt oder so. Ja, das Spiel hat irgendwelche heimtückischen Tücken, die leider ich nicht zu wissen weiß. Aber ich bin rausgekommen. Ich bin rausgekommen! Das ist das Wichtigste. Wir machen einen Kampf, komm. Ich wollte gerade sagen, wie geil ist das denn? Wenn ich... Moment, finde ich schon. Lauf ich drüber. Pin ansetzen. Ja! 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 Wie ein Mann. Komm ich raus. Und du gehst bestimmt jetzt auf den Sack, oder? Ich komme jetzt hier nicht mehr zu pötten hier. Geh weg! Da ja... Ah! Der tritt mich. Wieso? Oh oh. It's absolutely nicht so gut für mich. Ja, das stimmt. Mein Mann. Ja. Hm. Wieder auf den Tisch. Ich mag den Tisch nicht. Hm? Ich bin nicht sicher, dass du ihn zurückkehren kannst. Oh Mann ey. Ach, jetzt aber. Komm. Ah, raus. Ja, Mann, das Ende. Nach 10.000 Covern. Hä? Ernsthaft? Ja, was soll ich machen? Wenn er so klein ist. Ja, Mann, hört's auf. Wenn du 10.000 Meter aneinander covers, dann kann man ja immer nicht mehr. Ja. Joa. Joa. Okay. So sieht's aus. Das war's. Meine lieben Freunde. Und... Ich würde sagen, sehen wir uns dann morgen beim nächsten Match wieder. Ich hab mal wieder Match gewonnen. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.